Willkommen zurück zu Minecraft mit, äh, Kühgesang, k-k-kühgesang. Wat? Kühgesang. Ach, Kühgesang. Kuhgesang meinte ich eigentlich. Natürlich ist der Elevator dabei und ich. Ja, ich glaube, das hat mir so oft gehört. Letztes Mal waren wir in der Hölle. In der Höhle. Höhle? Oder Höhle? Höhle natürlich. Danke. Wir waren in der Höhle. Und ich glaube, ich habe, wir haben Diamanten, glaube ich, sogar gefunden. Du hast Diamanten gefunden. Entschuldigung. Komm, insgesamt vier Stück. Sechs Stück. Ach, das stimmt. Sechs. Ähm, okay, ich habe eine Aufgabe für dich. Du könntest vielleicht mal so etwas, was wir für die Schafe gemacht haben. Okay, Küh. Auch für die Kühe, genau. Gerne. Hätten Sie das jetzt nicht gesagt, ich hätte es eh nicht gewusst. Also jetzt, wir vergessen, jetzt habe ich meinen Alzheimer wahrscheinlich schon sehr weit fortgeschritten zu sein. Ich muss mal gerade was gucken. Boah, ich habe auch echt kaum Holz. Bäh. Okay, ich merke, ich habe keine Mucke. Och, wo? Dadam, dadadadadam. Ähm, ist egal, wo ich das Ding hinstelle? Ups, aber so hat langweil. Keine Ahnung, kann man ja rein theoretisch in die Nähe von den Viechern bauen, irgendwie. Ich meine das ist eh... Von den anderen, von den... Schafe. Ja, Schafe. Und ich habe mir selbst auch eine Aufgabe gegeben. Och, das ist ja... Und zwar, ähm, ja. Fände ich es ganz interessant, wenn wir so ein Haus hätten, äh, quasi wo... ...Dorfbewohner drin hocken. Ehm. Und mit dem, mit dem wir dann vielleicht auch handeln könnten. Ja. Weil je nachdem, da ist das schon ewig, bis hier in der Nähe ist, auf jeden Fall kein Dorf. Bedeutet, das könnte... Bedeutet, das könnte schwer werden, da irgendwie was zu finden. Reicht ein Sound, oder soll ich über zwei nehmen? Äh, ich... So, ich glaube, ich habe hier meine Axt mit, wie ich mein Bautalent so kennen tue. Kennen tu? Ja, verbaue ich alles. Das habe ich nämlich so voll drauf, so. Äh, da ist Axt. So, ich weiß noch, ob es das Eishöhnen hier fertig ist. Okay. Machen Sie dies. Boah, ey, es kommt mir so vor, als hätten wir schon bestimmt sechs, sieben Uhr oder so. So, wieso... Aber, äh, es ist... Ich kann die Uhr nicht erkennen, kann das sein? Fünf nach drei? Ja, ja, ungefähr. Die Uhr nicht, ist es so dunkel hier drin. Sag ich doch. Ja, irgendwie... Ich bin jetzt nicht blind oder sowas, aber... Wieso war mir das klar, dass das jetzt kommt? Weil es klar war halt. Ja. Das ist typisch Miss Piggy-Dong-Dong-Dong-Typ. Piggy-Dong-Dong-Dong-Di-Dong-Dong-Di-Dong-Ding-Di-Ding. Dö. Dö. Ja, dö. 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 Gut, Eisen habe ich jetzt vier Stacks komplett, also genau vier Stacks. Hier brennt noch Kohle und da ist noch Gold drin. Eisen pro Preis. Okay, jetzt werde ich mal... Denke ich mal ein bisschen mit dem Tropenholz arbeiten. Terraformen-Wriss-Style. Ich sehe es ja nicht. Sei froh drum. Es ist langweilig, es geht nicht mehr. Ja. Aber ich habe so... Die Aufgaben, sage ich mal, wie diese... Hier vom... Die langweiler Aufgaben. Äh, nee, die Bauschlampe. Die Bauschlampe. Ja, sowas. Die Baubitch. Oder so. Da wolltest du dir hinpacken. Noch zu. Nee, ich gehe nur hier lang, um dahinten das hinzubauen. Der Platz ist ganz okay, ne? Also ich meine, es ist mir doch egal. Ja, ich meine... Ich habe dir die Entscheidung selbst überlassen, halt. Gut. Aua, schlagen muss mich trotzdem nicht. Nee. Nee. Hier ist Erde. Ach, das ist aber schön. Ja, ich könnte aber kein einzelnes Erdestück in der Tat haben. Nicht? Nee. Hm. Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich mir die Dorfbewohner cheaten müsste, weil die, ähm, kriegt man ja nicht einfach mal eben so. Das ist richtig. Die Bobs. Äh, das muss also dementsprechend auch noch weg. So, das muss, ich habe hier keine Axt. Nö. Also mache ich alles mit der Schippe kaputt. Sie verzaubert? Nö. Alter. So. Das mache ich immer so ein bisschen krampf weg. Ich glaube, ich mache jetzt hier generell mal so einen Weg vielleicht auch in die Richtung, weil, je nachdem, könnten da ja noch ein paar Häuser dazukommen. Mhm. Deswegen hole ich mir jetzt schon mal Kies. Kies, hö. Wieso Kies? Wir haben noch die ganzen Wege hier mit. Ah, okay, da. Ich weiß aber, mein Toilet, da hinten, da an dem Brunnen ist ja Kies so. Ja, da liegt komplett Kies und da geht auch der Weg hinten weiter mit Kies. Ja, weil dir sonst der ganze Weg aus Holz ist, dachte ich. Ja, ja, ich weiß schon, was du meintest. Nur ich hatte gerade irgendwie Wust und Niesanfall. Ach so, ja, dann... Deswegen muss ich mich mal gerade muten. Muten. Hm. Da, da, da. Die Axt nehme ich mir jetzt mal mit. Das könnte vielleicht sein. Zäune habe ich noch 16 in der Kiste gekappt. Gekappt. Kappt. 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 Ach so, dieses Kappt. So, das macht das jetzt mal so... Ach so. Ähm. Puh, das sieht bescheuert aus. Ja? Der Zaun hat sich mit diesem von Ihnen gebauten Baum verbunden. Ja, da sind diese zwei Blätter auf dem Zaun drauf. Ach, die zwei Blätter auf dem Zaun drauf. Ja. Mhm. Ja. Ah, ich habe doch eine Idee. Sie haben eine Idee. Sie haben eine Idee. Ja, selbst ich habe eine Idee. Ich mache das jetzt einfach alles komplett zu hier. So, warum habe ich Erdöl in der Hand? Also Erdöl, äh, nicht in der Hand. Inventory. Warum habe ich gerade abgebaut? Abgebaut. Ach so. Ab, 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 gebaut. Ab, gebaut. Ab, gebaut. Ab, gebaut. Ab, gebaut. Dann wie kommt mir die Mucke laute vor. Äh. Laute. So, rein. Äh, Miss Piggy, kommen Sie mal gerade? Sekunde. Also, diese ist schon auf drei, ja. Ähm, wie Sie sehen können, habe ich den ganzen Kram jetzt hier mit Zaun umrandet. Was sieht, der war doof aus. Findest du? Ach, scheiß drauf. Ja. Ich habe das vergessen, was ich nicht holen wollte. Das ist natürlich wieder geil. Ja, so können wir dich. Aua. War ich doch gar nicht. So viel Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. MAAA. Da. Kies aus der Kist geholt. Kies aus der Kist. Kies aus der Kist. Gut, ich need to eat. Ich need to eat. Mhm. Gut. Ihr guckt mir nicht so zu, ich habe nur Brot in der Hand. Ihr kriegt nichts. Ja, ja. Jetzt war ich weiß in der Hand. Jetzt könnt ihr kommen. Ja, wir brauchen die. Schwarzkühe und zwei Schwarzkühe. Schwarzkühe? Ja, wie soll man die denn sonst bezeichnen? Kuh. Na dann. Ja. Komm, Erbku. Bist du so fett? Irgendwas. Armes Kuh. Irgendwie scheinen gerade zwei Kühe verloren gegangen zu sein. Die bringe ich dann so lange mal wieder ins Haus zurück. Komm, du beendete Kuh. Beendete Kuh. So. Beendete Kuh ist auch ein bisschen banal, ne? Hallo. Naja, ja. So, Rausch in Action. Also hier so. Wind. Ja, weil sie gerade so da in das EZ gepustet haben. Achso, Entschuldigung. So, du fette Kuh. Komm, wir durch. Warum bleibt die im Zauntor stehen? Mein Gott. Super, Kuh. Was ist sowas von drauf? Du musst, dass du was wissen. Oh. Das war's in Fall, die zwei Blöcke wegzumachen. Perfekt. So, du Kuckkuh. Lass auch kommen. Ja, brauchst mich nicht so blöd anzugucken. Komm, einfach hier rein. Ach du, du bist. Ding. Kühe. Äh, du wolltest die hier rein haben. Geht doch. So, zwei sind drin. Von? Fünf. Und vier. Von vier. Achso. Mein, ich finde das. Ja, war noch vier. Oh, ich hab schon Level 35. Ich hab Level 19. Ich hab sie ja erfolgreich. Hallo, ich hab Weizen in der Hand. Ihr braucht nicht abzuhauen. Ich hab sie ja letztes Mal erfolgreich getötet. Ja, das haben sie mit Parfur geschafft. Ey, du dummer Kuh. Die Artenkühe, ey. Äh, wenn ich Weizen in der Hand hab und die mir nicht folgen, soll sie einfach weggehen. Was ist das? Bis dann. So, wie lange? Ich bin. Wie.